Wenn die Frau Kinder kriegt, warten die die Klazenta und essen die. Finde ich auch sehr schmarrhaft. Schatz, der eine sieht aus wie Pumba. Der hinten in der Ecke. Und wenn ein Silberner kommt, diesmal bleibt der. Nix. Bleibt kein einziger. Diesmal wird keiner verkauft. Ich habe mich schon für den Silberner gemeldet. Ich habe Hausrechte. Die mit dem Rallye streifen. Von dem haben wir gar keine Bilder mehr im Haus. Das ist ein Männchen. Guck mal, der in der Mitte wäre der helle. Der hier. Oder? Der schwarze? Ja. Ich sehe den kleinen Schnippel. Kann aber auch ein Stück von dir ins sein. Nee, das war einer. Ja, Frauen kennen sich da aus. Mann, die Schnippel, er kennt mir sofort. Ist das Ding noch so klein, wie das Gerl? Ja, du bist auch noch da, ne? Komm, ich mache auch mal von dir was. Okay, du hast die ganze Arbeit geleistet, ne? Und dich lobt keiner, ne? Dass wir heute Abend mal ballern. Trinken wir uns heute Abend ein, Dicke? Ah, wie ist auch da? Bei dem, siehst du, hat es jetzt echt gut gesehen, ne? Dann dreht er durch. Wenn wer läufig wird, dann dreht er durch. Ja, der Große. Ja? Der spießt dir auf. Ja, der schlachtet dir. Können die nicht so klein bleiben? Siehst du, du hast immer Schiss, Schatz, wenn der Märon sich auf den Bumber legt. Guck mal, wenn die fette Kuh sich da drauf tut, krieken die auch nicht. Das sind mindestens noch zwei drinnen. Nee. Nicht so schwache Nerven. Nee. Das ist wirklich so. Sie hat Blut geleckt. Wer, ich? Nett. Oh, du Gott. Sie hat Blut gelebt. Ein Kumpel von mir hat mir den Video gestern nicht vergessen geschickt, ey. Weil das hat jetzt so lange dauert, ne? Bis die nächsten kommen. Aber letztes Mal glaube ich auch fünf oder sechs Stunden gedauert. Zeb Stunden. Gott. Das ist schmerzfrei. Das ist schmerzfrei. Das ist schmerzfrei. Ich zeig dir erst mal, was bestimmt auch Aua macht. Ich zeig dir erst mal, was bestimmt auch Aua macht. Das ist schmerzfrei. Und das ist schmerzfrei. Da steht wieder auf. Der Fernse will mich. Ich finde das phänomenal, dass die Idee es nicht platziert sind und die sieht voll ausgehen. Das ist eine ganz tolle Mama, auch er hier, ein ganz toller Papa, jetzt ist sie auch und pressen wieder, das ist spannend, weil diesmal wieder was schön mit hilft.